I am the Jochenland, this is the Foolsport für Montag, den 9. August 2021. Schönen guten Morgen! Die Olympischen Spiele sind vorbei, wir konzentrieren uns auf das, was jetzt so los ist in Sachen Sport und da dürfen wir zuallererst mal gratulieren, Andrea Petkovic nämlich, denn die hat nach 6,5 Jahren wieder ein Turnier gewonnen und zwar in Klusch. Herzlichen Glückwunsch an Andrea Petkovic zum Finalsieg gegen die Ägypterin Sherif in zwei Sätzen. Das hat sich doch gelohnt auf jeden Fall. Tolle Sache, weiter so die US Open kommen und da wäre doch mal wieder ein erfolgreicher Run angesagt, würde ich sagen. Ich hätte nichts dagegen und ich glaube Andrea Petkovic selbst auch nicht. Wir schauen kurz aufs Tennis vom Tage. Um 17 Uhr geht es los mit zwei Eintausender Turnieren diese Woche. Jetzt wird es wieder hochkarätiger, die vergangene Woche war jetzt eher mittelgroße Turniere. Jetzt gibt es wieder zwei richtige Brocken und zwei in Kanada. ATP 1000 spielt dieses Jahr in Montreal und die Damen WTA 1000 spielt in, andersrum, das ist doch falsch gesagt, die wechseln jedes Jahr. ATP spielt in Toronto und die WTA spielt in Montreal. So rum. Beide starten um 17 Uhr ihren Spielbetrieb deutscher Zeit und also wunderbares Feierabend-Tennis bis in die Nacht hinein. Kann man gucken, wenn man möchte. Auf Sky Sport gibt es das ATP-Turnier wie immer und auf der Zone wie immer die WTA. Also 17 Uhr bis in die frühen Morgenstunden kann man, wenn man möchte, heute Tennis gucken. Kurze Nachricht vom Motorsport. Gestern gab es das zweite DTM-Rennen in Zolle und da gab es den Sieg für Marco Wittmann vor Maximilian Götz und dem Neuseeländer auf Platz 3 Liam Lawson. Das waren also hier die Top 3. Also auch das habe ich hiermit gesagt und abgehakt. Kommen wir zum Fußball? Ich denke schon. Starten wir mit dem Nachholspiel aus der dritten Liga. Duisburg schlägt Havelse 3 zu 0, lässt denen also keine Chance. Und dann gab es ja noch ein bisschen den DFB-Pokal. Wir schauen mal drüber. Der SFC Köln müht sich in Jena im Elfmeterschießen zum Weiterkommen, aber kommt weiter. Schalke gewinnt in Villingen, Wolfsburg gewinnt bei Preußen Münster, aber wechselt sechs Spieler ein. Fünf sind erlaubt. Sieht nicht gut aus für den VfL, würde ich mal sagen. Das dürfte dann wohl am grünen Tisch das Pokal aus bedeuten. Ist noch nicht entschieden, aber wir haben ja diverse Wechselgeschichten in der Vergangenheit schon gehabt und die sind nie gut ausgegangen für die, die es verbockt haben. Jan Regensburg gewinnt in Koblenz. FSV Mainz setzt sich ebenfalls erst im Elfmeterschießen durch bei Elversberg. Das war also auch ein zähes Ringen, ebenso wie Hertha BSC kurz vor Schluss in der Nachspielzeit durch Selke noch zum 1-0 in Meppen gekommen. Union Berlin gewinnt knapp bei Türkgücü München, Düsseldorf gewinnt klar beim VfL Oldenburg. HSV gewinnt bei Eintracht Braunschweig und der SC Freiburg bei den Würzburger Kickers. So, dann haben wir noch eine Verlängerung gehabt bei Rostock gegen Heidenheim. Im Zweitliga-Duell, da gewinnt der Aufsteiger aus Rostock mit 3 zu 2 und einer ist dann doch wieder raus aus der Bundesliga, auch heute nämlich Eintracht Frankfurt. Die verlieren 0 zu 2 bei Waldhof Mannheim. Nach den Viertlern gestern also jetzt der zweite Bundesligist, der nicht mehr mit dabei ist. Hatte ich schon erwähnt, dass ich jetzt immer hier runter gucke, weil ich jetzt hier unten meinen Gedöns habe. Habe ich glaube ich schon erwähnt. Macht aber nichts. Tore satt gab es in der Ligue 1. Zum Beispiel bei Metz gegen Lille. Der Meister ist dort mit einem 3 zu 3 gestartet in Metz. Und Olympique Marseille gewinnt 3 zu 2 in Montpellier. Auch das, also ein Torfestival, kann man da nicht anders sagen. Fußball geht heute weiter und zwar mit DFB-Pokal. Vier Spiele stehen heute an um 18.30 Uhr. Alle natürlich wieder live zu sehen auf Sky Sport. 18.30 Uhr haben wir Viktoria Köln gegen TSG Hoffenheim. Die Sportfreunde Lotte empfangen den Karlsruher SC. Und der FC Ingolstadt trifft auf Erzgebirge Aue. Ich will ehrlich sein. Ich bin froh, dass sie eine Konferenz machen aus den 3 Spielen. Ja und dann gibt es den Knaller am Abend. Live nicht nur auf Sky Sport, sondern auch im ersten Live in der Sportschau. Und zwar 1. FC Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach. Das war lange Zeit Bundesliga-Zeug. Ist es nicht mehr. Aber es ist Pokal-Zeug. Viertel vor neun geht's los. Mal sehen, ob die Lauteren den Gladbachern ein Bein stellen können, wie es immer so schön heißt. Und dann ein weiterer Bundesliga-Zeug vielleicht herausfallen wird aus dem DFB-Pokal. Beim Tennis habe ich eben vergessen, dass Struff heute Abend spielt. Jan-Sainer Struff wird heute als erster Deutscher ins Turnier von Toronto, jetzt mal es richtig, einsteigen. Und zwar gegen Fabio von Nini. Also durchaus gleich mal ein namhafter Gegner zu Beginn. So, Tennis haben wir, Fußball haben wir, Motorsport hatte ich zumindest erwähnt. Dann wollte ich ja noch mal was zum Football sagen. In der European League of Football gab es ja gestern das Top-Spiel. Frankfurt Galaxy hat klar gewonnen gegen die Hamburg Sea Devils, sich damit revanchiert für die Hinspiel-Niederlage. Beide Teams jetzt mit 6 zu 1 siegen an der Spitze ihrer jeweiligen Tabelle, Süd- bzw. Nord. Was war sonst noch los? Die Leipziger Kings haben klar gewonnen gegen die Stuttgart-Surge. Und damit haben wir in der ILF folgendes Tabellenbild. Im Norden Hamburg mit 6 zu 1 klar vorne vor Breslau mit 3 zu 3. Leipzig jetzt nur noch 3 zu 4. Die kommen ran, also nur eine Niederlage weniger als die Breslauer. Aber das kann noch mal richtig spannend werden zwischen den beiden. Spielen ja auch gegeneinander. Berlin mit 1 zu 5 würde ich sagen, hinten ist jetzt dann so langsam durch. Also klar, rechnerisch geht noch was, aber die Tendenz zeigt schon nach unten. Ja und in der Südgruppe Frankfurt 6 zu 1. Aber da gab es ja gestern den Sieg von Barcelona gegen Köln. Und das bedeutet, Köln nur noch 4 zu 3. Die waren mal auf einem guten Weg. Und jetzt mit 2 zu 5 hinten dran Stuttgart, wie auch Barcelona. Zwei Siege Unterschied, also immer noch Vorsprung für Köln. Ja, es sind noch 3 Spiele. Mal gucken, könnte noch was gehen. Die spielen noch gegen Stuttgart, gegen Barcelona nicht mehr. Das haben sie jetzt ja gerade verloren. Aber die müssen noch gegen Frankfurt ran, die Kölner. Schauen wir mal. Es wird nächste Woche, denke ich mal, die ein oder andere Vorentscheidung fallen. Ich sage dann natürlich Bescheid. So, und dann habe ich noch die GFL, die German Football League. Kurzer Blick auch hier drauf in die Spiele von gestern. Da gab es Siege für Schwäbisch Hall Unicorns. Die Potsdam Royals haben in Berlin gewonnen. Und die Allgäu kommen jetzt schlagen Stuttgart. Das ist alles keine große Überraschung. Wir haben in der Nordgruppe weiterhin vorne Dresden und Potsdam mit jeweils 5 zu 1 im Gleichschritt sozusagen. Und in der Südgruppe vorne haben wir Schwäbisch Hall ungeschlagen mit 6 zu 0. Vor den Saarland Hurricanes 5 zu 1 und den Allgäu-Kommens mit 4 zu 1. Aber man muss auch sagen, das sind natürlich jetzt hier Sechser- und Achtergruppen, von denen jeweils 4 in die Playoffs kommen. Ich denke mal, da ist noch viel drin für alle Beteiligten. So wollte ich es sagen, genau. Gut, das war es für jetzt. Ich überlege gerade, wenn wir... Ach, ne, erzähl ich morgen. Morgen früh wieder Frühsport an dieser Stelle hier. Und... Oder soll ich schon sagen? Ich sag's. Ich sag schon. Ich werde morgen früh den FB-Pokal auslosen. Schon mal vorab die nächste Runde. Was soll's denn? Wir haben ja morgen Abend alle Spiele fertig bis... Oder heute Abend besser gesagt. Also morgen früh haben wir alle Spiele fertig bis auf das verlegte Bremer SV gegen Bayern. Dann machen wir ein Dummy los. Und dann... Ach, können wir nicht, ne? Das können wir nicht verdummien, weil es ja einen Unterschied macht für Heim- und Auswärtsrecht. Gut, man könnte... Ne, vergesst, was ich gesagt habe. Wann ist die echte Ziehung? Die muss ja auch verschoben werden dann. Weil es macht ja einen Unterschied. Wenn Bremer SV weiterkommt, kommen die in den Amateurtopf und die Bayern kämen in den Profitopf. Also, vergesst es, was ich gesagt habe. Die FB-Pokal auslosen dann erst nach dem 25. August, wenn die Runde wirklich auch zu Ende gespielt ist. An mir soll's nicht liegen. Aber was wollen wir machen? Schönen Montag. Kommt gut in die Woche. Bis dann. Tschüss. Schönen Montag.